Mein ganz klares Ziel ist Fußballlehrer, Cheftrainer in der Bundesliga. Das ist so mein persönliches Ziel, das will ich und werde ich auch erreichen. Also da bin ich total fokussiert drauf, weil ich sage immer für mich selber, ich war Spieler in der Bundesliga und ich will es auch als Trainer sein. Und ich weiß, dass der Weg oder wie der Weg aussieht oder welchen Weg ich zu gehen habe. Und den werde ich auch gehen und den werde ich auch zu 100 Prozent erreichen. Und welcher Verein soll es dann sein, dein Bundesliga-Verein, Traumverein, den du coachen möchtest? Immer zum Besten, FC Bayern.